Gibt es nicht Komm, 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 komm Oh, okay Hat sich erledigt War er das? Nee, der andere war doch getarnt Ist immer noch da oben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge war Sander, liebe Freunde Heute werden wir mit dem T-34 auf Achse gehen Und ja, was uns das bringt, werden wir gleich mal sehen Ach, da habe ich es nicht ausgewählt Doch, ich will mich da unten rein Eine meiner Lieblingsmaps Hau, fahr du vor Noch sehr wenige Spieler da Da hinten fahrt gar nicht mal einer hoch auf die Berge Die ohne Namen sind Bots Also es sind viele Bots hier Scheint noch keiner oben zu sein Das ist mal sehr gut Kann ich nämlich näher ranrücken Sie sind Oh, der war schön So, wieso schießen die da hoch? Ja, hab ich doch gewusst Gerade noch so gesehen Komm schon Ich glaube, wir hätten ihn auch gesehen, oder? Wir hätten ihn nicht gesehen Komm, zeig dich Dass ich überrannt werde Hier, da, irgendwo Ich glaube, wir hätten ihn nicht gesehen Ich glaube, wir hätten ihn nicht gesehen Gibt's nicht Komm, 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 komm Oh, okay Hat sich erledigt War er das? Nee, der andere war doch getarnt Ist immer noch da oben Oh, ich habe leider keine Artillerie Steht da Aber da passiert auch was Getroffen Komm, ich sehe dich noch nicht Ich rück vor Mal gucken, ob ich ihn sehe Das sind drei Panzer, die brennen Ah, der ist brennt Er ist zerstört Jetzt trifft er mich auch noch Ich glaube, ich glaube es nicht Ich glaube es nicht Der eine ist weg Wo ist der andere? Wir waren zu zweit Das war knapp Ne, dass ich hier überrannt werde Das machen sie gerne Aber es sieht bis jetzt gut aus Aber es sieht bis jetzt gut aus Ob das jetzt gerade A eingenommen wird Mal gucken, ob es klappt Ja Oh unsere leute pushen ein bisschen blind schießen da war nun mal einer sie gehört uns ich glaube es wird das beste sein das ist unsere wir fahren eine A rein fertig noch einer gut warte ich gehe gleich oh ja ja oh klar das ist ja sehr nah das gibt es doch nicht warum war das jetzt ach der immer noch wir gehen natürlich rein mit dem T50 das ist ja 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 weil ich so auf die Artillerie konzentriert damit doch die haben den auf die Artur steht aus in Ich sehe ihn. Und anderen sehe ich auch. Ich stehe alleine drin, ja. Ah, es kommt einer ran, okay. Das ist unserer. Da ist doch einer durchgefahren. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, dass er uns von hinten rascht hier. Kommen sie, zwei Stück sehe ich. 800 Meter. Kein Gebiet wurde von verbindeten Truppen eingenommen. Wenn wir es richtig gesehen haben, war das eine 8.8. Aber kann mich natürlich auch täuschen. Ich glaube, es war eine 8.8, die ihn weiß. Ah, das geht es nicht. Ah, sehr gut. Oh. Ja, ist halt mein Kleiner. Fliege zum Stützpunkt. Da brennt es. Mal schauen, wie es mit gegen die Panzer IV aus. Was ausmachen kann, aber... Seh da nicht so, die Hoffnung. Aber bis jetzt macht es richtig, richtig, richtig fun, auch wenn man richtig angespannt ist. Immer noch sehr ausgeglichen da oben. Manche würden jetzt sagen, ich kämpfe, das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Panzer. Wir sind zu gewinnen. Ich möchte einfach mal ein bisschen was erreichen. Die sehe ich von ja nicht, verdammt. Ah, die ist schon zerstört, okay. Ne, Flakka. Ja, wie ich recht hatte. Der schießt auf... Den, den ich nicht sehe. Ich brauche Deckung. Ich sehe unseren Verbündeten da doch, da unten. Ich glaube, wir bruschen... Ähm, huschen. Wir bruschen wieder vor. Ich bin ja recht schnell. Boah. Boah, ich liebe es, die Flugzeuge zu jagen. So, mal schauen wir mal, wir schaffen. Ich bin sogar getroffen. Auf mich ist ein Panzer. Bisschen weggehen hier. Ah, komm hier. Hier, mach deinen Job. Ich bin schon abgeknallt. Ich bin schon. Ich bin sonst in mein Zimmer. Achse. Oh, nein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Noch ein klein bisschen mehr und der Sieg gehört unten! Unsere Jungs sind auch in der Luft, das passt! Bis zum nächsten Mal! 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 Zielt der auf mich? Bis zum nächsten Mal! Oh, Leute! Einer Zunge, zwei Abschuss, Hilfen, ein Boden zählt, Tode, Punkt, das reicht! Das hat jetzt richtig Spaß gemacht! Und damit danke euch fürs Zuschauen! Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat! Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat! Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und einen schönen Abend! Bis dahin! Bye, bye! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!